Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft, zusammen mit Kiyoshi. Hallo. Und ja, am besten erklär es mal. Ja, und zwar wollten wir euch eigentlich mit einem Mods überraschen. Das hat aber noch nicht ganz funktioniert. Wir arbeiten dran. Das ist gerade immer gut, wir arbeiten dran. Ja, und weil wir am Ende doch etwas frustriert waren und ich bin ganz ehrlich, plötzlich ist diese Truhe hier gespawnt, die war plötzlich da. Also das ist eine Endertruhe für Leute, die das nicht kennen. Ja, und vor allem für die Leute, die das bei mir nicht sehen. Ja. Weil man muss dazu sagen, also irgendwas passt bei mir nicht. Wenn ihr das auch seht hier mit den Fackeln, so sollte es eigentlich nicht aussehen. Und es ist jetzt auch so, dass ich ja davor im letzten Part hier die Kiste gar nicht sehen konnte. Und es ist auch noch so, wenn ich... Kann ich euch mal gerade kurz zeigen? Wenn ich eine Kiste alleine hier erstmal in der Hand habe, ist die Mörder weniger invisible. Und wenn da nur eine Kiste so steht, sieht das halt so aus. Sehr bescheiden. Wenn ich halt zwei entstelle, dann tadaa, sieht es so aus wie immer. Und er schafft es im Moment nicht, die Enderkiste richtig darzustellen. Und vielleicht läuft mal so einiges hier noch ohne Textur rum. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe hier jetzt schon alles nochmal deinstalliert, neu installiert. Keine Ahnung, es geht nicht. Und Kiyoshi hat sich sowieso eben ihr komplettes Minecraft zerschossen. Aber es ist alles wieder gut, als bei mir zumindest. Ja, bei mir nicht. Und auf meinem Kanal seht ihr dann, wie das richtig aussieht. Ja, ja. Auf jeden Fall dachten wir jetzt ehrlich gesagt, bevor wir das jetzt wirklich alles immer rüber schleppen und ihr euch fragt, wie oft werden sie noch laufen, haben wir uns dazu entschieden, jetzt eine Endertruhe hier hinzustellen. Ja. Was Endertruhen machen ist, egal wo man die zweite Truhe platziert, man hat immer denselben Inhalt da drin. Das ist quasi wie so eine Teleportbox. Und damit machen wir euch und uns das einfach alles nur an. Machen wir uns glücklich. Genau. Also, das ist, ähm, da haben wir uns jetzt gesagt, äh, nee, so nicht. Eben. Nicht mit uns. Nicht mit uns. Nicht mit uns. Deswegen lege ich jetzt einfach erstmal alles hier rein. Nee, erstmal, ich würde mal sagen, erstmal das wichtige Zeug noch und nicht den ganzen Stein oder sowas. Ja. Wichtigen Kram, wobei wir haben ja schon fast alles. Das andere, das schmilzt gerade noch, das haben wir in die Öfen gesteckt. Weißt du, was mich irritiert? Eigentlich ist das ja so, wenn man ja mit Shift und dann mit rechter Maustasse, dann fluppt das hier rüber. Aber manchmal hakt das. Hm, cool. Bei dir nicht? Hm, äh. Dachtest du das? Du kannst das doch. Ja, auf jeden Fall. Bei mir hakt das manchmal. Hm. Ich finde das nicht lustig. Hat man nicht schon mehr Gold? Wie schon, mir da ist schon 64 und ein 13er-Stack drin. Hä? Wo? Siehst du das nicht? Hier oben. Der, es ist bei mir, also, was fängt bei dir als allererstes an? Redstone. Bei mir Lapislazuli. Nee, das ist bei mir da drunter. Hä? Also, ich hab, ich hab, in der ersten Zeile hab ich 37 Lapis, 8 Redstone, 64 Kohle. Vor allem, wir hatten da noch ganz, ganz viel mehr Roadstone. Sind bei dir denn Sattel drin? Nee. Sag mal, entweder ist es jetzt so, jeder sieht was anderes, also jeder sieht das, was er da reingelegt hat. Sag mal, kann das sein? Äh, leg mal den Sattel bitte in diese Piste hier. Mhm. Das wusste ich, ich kenn das nämlich nicht auf dem Server mit Endertruhen. Das kann jetzt natürlich sein, dass wir uns hier total lächerlich machen. Jetzt ist er da. Okay. Leg den mal rein. Ist er da? Nee, dann ist das für jeden individuell. Hm? Wie, du siehst ihn nicht. Ja, ähm, jetzt in der Endertruhe sehe ich den Sattel nicht. Du hast ihn da reingelegt und du siehst ihn nicht. Nein, nein, ich dachte, du hättest ihn da reingelegt. Achso, sorry. So, ich hab ihn jetzt reingelegt. Okay, nee, dann sieht jeder das, was er hat. Dann hab ich nämlich das alles da reingelegt und du hast das, was du gesagt hast. Ja gut, aber dann können wir ja nochmal rüberstecken. Ja, das muss man auch erst mal wissen. Also, meins ist jetzt voll. Meins ist nur nichts. Ich wunderte mich nämlich schon. Aber das wusste ich auch nicht. Weil ich hab das wirklich noch nie mit mehr Spielern gehabt in der Endertruhe. Gut zu wissen, das ist cool. Das find ich richtig cool. Aber das ist ja wirklich die richtige Entscheidung. Dann geht's ja noch schneller. Ja, aber ich hab jetzt erst gedacht, weißt du, das liegt jetzt wieder an meinem Geduld irgendwie. Klar. Klar, kann ich verstehen. Das, ähm... Ja. Ähm... Ich kann mich ja jetzt auch noch vollpacken, weil wir müssen ja auch einmal nochmal rüber, ne? Genau. Ähm... Ja, das Brett hier jetzt gerade noch zu Ende. Vielleicht sollten wir gerade noch darauf warten, dann müssen wir in das Eisen... Dann... ...packe ich mich hier jetzt auch nochmal gerade... Na gut, das rohe Hühnchen und das verrottete Fleisch brauchen wir jetzt eigentlich nicht unbedingt. Schön, dass ich's wieder aufnehme. Weg damit, sag dich. Gib mir das mal. Ich hab das nämlich gerade noch... Ja. Warte, es ist... Ja. Und hier ist noch das. So. Jetzt hab ich schon wieder dieses scheiß Hähnchen. Ich will das nicht. Ihr Zombies, Rest. Oh, jetzt eigentlich nur Kohle? Nee. So, ist weg. Äh... 22 Eisen müssen noch... Warte, dann können wir ja wieder die Truhen hier mitnehmen. Genau. Generell eigentlich auch die andere Truhe dann, wenn sie leer ist, ne? Genau. Ist dein Inventar jetzt eigentlich schon voll? Ich kann die Kisten noch nehmen. Nee, nee, ich bin... Ich bin auch noch gut. Ich bin auch noch. Alles gut. War nur ne allgemeine Frage. Du hast die Kisten, warte, dann geb ich dir noch die anderen. Hab ich mich jetzt noch... Einen Slot frei hab ich jetzt. Äh, wo hast du die? In die Ecke hier, oder vorne beim... Ja. Ah, okay. Ja. Jetzt hab ich vier Invisible... Kisten. Ähm, die Öfen können wir ja ruhig stehen lassen, falls wir hier nochmal hinkommen. Eigentlich könnten wir auch die Truhen hier. Wollte sagen, eigentlich können wir auch die... Hauptsache, wir haben die Ender Chests hier stehen. Die dürfen wir nicht abbauen. Ja gut, ich lass mal die zwei hier. Genau. So super. Oder soll ich auch die... Ach, komm. Ja. Boah, vielleicht kommen wir irgendwann nochmal her und kriegen einen Anfall. Ja, und vor allem, ich sag mal, Kisten sind hier so billig, ne. Es ist... Okay, also noch haben wir alles, ja? Ne, noch nicht. Was denn? Das Eisen noch. Achso, da unten. Noch 15. Okay. Weil hier ist... Könnte hier kommen wir notfalls, wenn wir ja nochmal brauchen, ist hier ja auch immer noch ganz viel Kohle und so. Ja. Und es könnte ja auch sein, wenn man sich hier irgendwie nochmal querbeet, ähm, reingreibt. Eben. Jep, 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 jep. Achso, ähm, ja. Ne, alles gut. Altfertig. Ich meine, hier konnte man vielleicht wirklich dann nochmal... Mie! Nochmal irgendwie vielleicht hingehen. Eben, eben. Wenn man es braucht. Ich will jetzt auch das Eisen fahren. Essen? Eisen. Achso. Ich will auch das Eisen fahren. Ja, komm, hast du jetzt ja aus lauter Verzweiflung jetzt schon mal, vielleicht findet man ja was. Ja, zum Beispiel, oder... Ich krieg den Cobble-Stack, den ich jetzt hier im Inventar noch hab, voll. Das kann ja auch nicht schaden. Ja gut, früher oder später brauchen wir es sowieso, ne? Die Burnt... Ah, toll. Right. Jetzt ist meine Hacke futsch. Futch, ja, mal... Mal fügen. Nehme ich halt Kies mit. Boah, damit kann man tolles in Kies sehen. Und Flintstone. Und wo ist ein Zombie? Mhm. Boah, dass hier einem immer so ins Ohr hauen muss. Achja. Wollen es hässlich sein. Ist gut. Wahrscheinlich fällt der jetzt da runter, wenn man die raffeln so... Achja. Alter. Ist noch Eisen? Ah, nimm mal mit, ich hab keine Hacke mehr. Ah, denn ich brauch noch zwei Kies, dann hab ich den Stack voll. So. Was macht das Eisen? Oh, noch zwei. Nein, ich hab keinen Inventarplatz mehr. Ich hab noch. Willst du mir was geben? Ah, okay. Was liegt hier unten? Da ist Eisen. Genau. Gucken, ob da noch was in der Nähe... Ne. So, das... Äh, Eisen ist fertig. Und dann nehm ich auch noch die Kohle da raus. Okay. Was haben wir jetzt alles? Ich könnte... Ja. Ja. Gut, dann auf, auf und zurück. Ähm... Hier lang. Oh Gott, renn doch nicht so vor mich, ich seh doch nichts. Weißt du, quetsch dich einfach eiskalt davor. Oh Gott, wo haben wir uns hin lang gebaut? Ja, ich weiß, deswegen hab ich den Weg vorher nicht gefunden, aber jetzt kenn ich ihn ja. Oh Gott, das denn... Und es ist Tag, es ist Tag! Yay! Wow! Nein! Was, nein? Eh? Geh mal bitte weg. Es ist nicht gut genug. Lass mich, ich kann auch nicht. Was tust du da? Ach, super. Guck dir mal an, wie grün aus Gras hier in dem Ding ist. Ich find's krank. Das ist ein bisschen... Jetzt weiß ich, was du meinst, man wird ein bisschen geschlagen. So, link-grün. So. Und einmal quert Feld an. Aber trotzdem irgendwie schön... Ja, ich sagte ja, einfach hier jetzt nur noch geradeaus. Ja, ja. Aber irgendwie hat das auch was, find ich. Ja schon, aber es ist schon ein bisschen wirklich an der Grenze, sag ich jetzt mal. Und... Genau, bring dich am besten. Und natürlich. Naja, aber es ist schon... es ist schon sehr kräftig. Ja. Unser Kackstift, yeah! Wieso ist der jetzt in der Mitte ein anderes... Das ist ein Kloster. Damit man den in der Nacht findet. Ich hab ihn nämlich nicht gefunden. In der Nacht. Ich finde, die Türen sehen auch voll schick aus. Und vor allem, da gibt's ja jetzt auch die ganzen anderen Türen und das andere Glas und... Ja, jetzt dürfen wir hier erstmal Jager bauen. Würde ich sagen. Weißt du... Ah, hier. Okay, ähm... Ich bin dafür, dass wir hier so eine Tür durchschlagen und dann machen wir dahinter ein Lager. Hm? Ja, ja, ja. Ach, die Betten sehen auch cool aus. Ja. Ist auf jeden Fall sehr schick. Oh, was ist das? Ähm, Mocker? Sind das Kriperfüße? Was? Nee. Nee. Okay. Oder hinter ist... Ich hab mich voller Schrauben. Oder hinter... Ich kann mir jetzt erstmal gerade noch, ähm... Ich baue mir schon mal ne Metall... Dingens. Was wir hier eigentlich hinmachen könnten, eher einen zweiten Durchgang. Warte mal. Ja, ehrlich gesagt, ja. Müssten wir eher noch da hinten irgendwo bauen. Ja, der Berg ist ja leider nicht sonderlich groß, deswegen... Ja, das stimmt. Ähm... So haben wir nämlich direkt einen zweiten Ausgang, müssen wir da nicht immer rumlaufen. Hat auch was. Schick. Boah, es sieht cool aus als... Doch, die Tür ist viel cooler als eine... Eine. Ja, aber ist ja... Weil es nur vorüber geht. Natürlich, aber irgendwo, ne? Natürlich. Ähm, brauchst du auch ne neue Eisen? Du brauchst doch, glaub ich, auch ne neue Eisen. Hm. Ähm... Ja, ich hab grad halt noch die Diamond. Und... Äh, sorry. Komm, ich hol dir mal eben solche raus. Ich meine... Wir haben's ja jetzt, also das können wir uns ruhig leisten. Wir haben 26 Diamonds, also ich glaube ja. Ja. Und das... Wir können die auch nur für, ähm... Äh... Wichtiges... Zeug nehmen. Das muss sie jetzt nicht irgendwie benutzen, um es irgendwie... Was weiß ich... Steine abzubauen, ne? Oh. Hältst du... Unwichtiges Zeug? Ich bin jetzt Dekadent. Einer von uns muss Dekadent sein, das ist... Ich spür... Äh, hab ich jetzt noch... Oh, ich hab hier noch drei Eisen, was ich noch nicht, äh... Geschmolz... Geschmolzen habe. Oh, ich hab hier noch 25 gebratenes Fleisch hier da drin gehabt. Uh. Warum stockt das bei mir manchmal? Das ist doch echt zu... Pff. Ich versteh's nicht. Weiß ich leider nicht, mein Lieber. Ich weiß... Warum hab ich denn immer so'n Pech? Ich... Das... Das schafften wir schon jetzt. Das wird schon... Ne, ich hab nur erst gedacht, ob ich irgendwie die falsche Taste drücke oder so, aber irgendwie... So, jetzt ist mein Inventar zumindest schon mal ein bisschen leerer. Aber ich glaube... Ähm... Ich glaub, wir haben kein Holz mehr. Ich glaub, ich geh da mal... Oh ja, das ist ne gute Idee. Ähm... Los, wenn wir gleich die ganzen... Kisten bauen wollen. Dann zieh ich da mal grade los. Ich baue hier schon mal den Raum aus. Mhm. Sag mir nicht, es wird jetzt dunkel. Wenn ich jetzt hier loslegen will. Das ist doch... Farsche. Ja gut, wir sind im Tag rausgekommen. Vielleicht war's da schon ab... Halb eher so. Na gut, ich brauch hier erst mal nur ein paar. So. Hä? Es hört sich grad ja an, als ob irgendwas ins Wasser geklatscht ist, aber ist nicht... Oh. Für Gottes Willen. Erstmal halbem Herzinfarkt. Uh, ich muss das essen. Ähm... Ganz dringend. Nein. Okay, jetzt reicht es noch. Ähm... Ja, und jetzt mach ich hier schöne... ...Regale rein. Hm, ich sollte so langsam... ...zurück kommen. Okay. Langsam aber... Sicher. Sicher. Wie viel Holz hab ich denn dabei? 30. Kann man doch schon mal was mit anfangen. Mhm. Hm? Ja, fast zwei Stacks. Ja schon. Ähm... Dann baue ich davon schon mal... ...ein paar Toden. Mach ich erst mal so sechs. Oh, meine Schaufel hat's nicht überlebt. Obwohl, ich mach mal zehn. So. Zehn invisible. Kisten. Das ist doch großartig. Ach so, die Kiste ist ja voll. Stimmt. Äh, wo bist du... Ach, da grabst du dich hin. Hm? Guck mal, hier ist schon das erste Regal. Ja. Ach, sogar mit Regalen machst du das? Mhm. Ja. Mein Gott, wir sind doch hier nur vorübergehend. Na und, irgendwann werden die Leute diese Städte finden und sagen, hier haben die Abbauer gewohnt. Frage, ich konnte doch jetzt direkt da eine drüber setzen, oder ging das nicht? Äh, ich meine, ich müsste genug Platz gelassen haben. Ja. Okay. Gut. Geht da noch einer? Nee, das geht nicht mehr, weil da drüber kein Platz ist. Ach so. Ähm... Hätte ja sein können. Genau. Äh, was machst du? Ich war mir nicht sicher, ob ich... aber ich sollte alle wieder haben. So. Okay, dann bau nochmal. Ich hab noch sechs Kisten. Ja. Gut, der Raum ist das auch noch nicht... Ja, der ist ja noch nicht ausgekleidet oder so, aber ehrlich gesagt brauchen wir das auch noch nicht. Das sagst du. Und dann plötzlich haben wir ja ganz viel Stuff. Ich kenn das. Ähm... Ja. Zwischen hab ich jetzt keine Rekord gemacht. Nee, nee, nee. Ah, gut. Dann bleiben wir auch bei dem Stil. Ja. 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 So, zwei hab ich noch. Mhm. Dann kann ich eigentlich grad nochmal zwei machen, dann haben wir da... Ähm, ne? Ja. Sieht schön aus. Oh. Hallo seit anderer Seite vom Berg. Äh. Äh. Da ist ja nicht mehr lang. Ja gut, das ist ja auch wirklich ein sehr kleiner Berg, ne? Da geht halt nicht viel. Alles gut. Aufsache wir haben jetzt hier ein relativ schönes... Wir haben's doch hier gemütlich. Auf jeden Fall. Unsere kleine Hobbit-Ruhe. Oh ja. So. Dann... Ich hätte jetzt so gern daneben noch eine... Obwohl, das kann man ja machen. Das geht ja. Ich mein, kommt hier nichts rein. Äh. 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 Jetzt meine... Ist meine Schaufel gerade gestorben? Irgendwas hat eben Pling gemacht. Nein. Na ja, zum Glück ist das nur Dirt und nicht irgendwas anderes. Ach. Ne? Ne. Oh, das reicht noch ganz genau hierfür. Nein, nein, nein. Was tue ich denn da? Konzentration. Okay. Okay. Guck mal, ich hab das hier ein bisschen schön gemacht. So ganz, ganz dezent. Oh ja. Ah. Ein kleines bisschen halt. Äh. Okay. Dann müssen wir uns nur drauf einigen. Was pass'n's noch? Oh ja, wir brauchen, ähm... Schilder. Oder Wolle. Wir müssen uns echt mal ein paar... Äh... Ähm... Schäfchen züchten. Weil damit kann man diese coolen... Äh... Frame-Items machen. Dann siehst du mal was weg ist. Dann hab ich wahrscheinlich keine Ahnung. Ach so. Ja. Okay, dann pack ich hier in die erste einfach mal Bruchstein rein. Ich da jetzt auch grad so viel von hab. Ach ne, das eine ist... Das ist gar kein Bruchstein. What the fuck? Das ist Andesit. Oh, das unterscheidet man ja kaum. Hm. Ich glaub, das ist aber extra. Das kann man ja vielleicht hier unten hinpacken. So die anderen Sachen, oder? Ja. Andesit. Dann mach ich Dörte darüber. Alter, warum flutscht das bei mir nicht? Das ist doch echt zu... Manchmal flutscht das direkt. Mhm. Manchmal überhaupt nicht. Ähm... Ah, da noch. Was noch? Äh, was hast du da drüber? Ach so, Erde. Mhm. Dann pack ich da noch Kies mit rein. Ja, das passt gut. Ähm, Holz haben wir auch noch nicht so viel. Das packe ich da in die oberste jetzt auch erstmal rein. Da haben wir jetzt überhaupt noch nicht so viel von. Das ist klar. Ähm... Ah ne, ich hole erstmal alles, was ich aus meinem Ender Chest hab. Da ist nämlich noch mehr Bruchstein drin. Alter. Ah, jetzt switcht das bei mir. Cool. Jaaa! So happy! Ja. Ähm... Zwei Sachen hab ich jetzt noch in der Enderküste. Oh, endlich! Tut gut, das zu sortieren, oder? Ja, die anderen hatten wahrscheinlich jetzt schon alle Facepalm nach dem Motto, was macht die da? Aber jetzt ist bei mir da einmal diese Andesita reingekommen. Okay. Ja, die haben da wahrscheinlich schon einen totalen Facepalm nach dem Motto, das ist doch so simpel. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass das früher auch so simpel war. Alles gut, alles gut. Ähm... Monster Drops tu ich jetzt mal hier ganz hinten, äh, an. Okay. Also Pfeile, Schleim, noch sowas. So, ich hab jetzt schon mal alles aus meiner Enderküste rausgeholt. Und? Ich hab noch ganz viel. Weißt du, ich hab die Tasse nämlich einfach nicht gedrückt gehalten. Ich hab sie immer wieder gedrückt. Oh. So, zum Holen. Ah, da. Ähm... Knochen... Dann, ähm... Spinnauge... Sand. Pfff... Oh, da ist noch. Fuh ich jetzt auch mal bei Gravel rein, Sand. Ja. Ähm... Ich mach mal... Direkt die Kiste daneben, die untere. So, da mach ich jetzt halt so... Smark, Kohle... Okay. Blablub. Alles rein. Seeds und sowas tu ich neben unser Feld, ne? Tut gut, tut gut. Ich mach jetzt mal, ähm... Da drüber die Kiste so Eimer, Sattel, halt so... Ähm... Gedönst, was nicht wirklich ein... Dingens braucht. Ja, ach, das ist auch noch Gravel. Schon gar nicht mehr. So. So. Ich hab jetzt so pfeilvoll bedrohlich. Wie sieht das aus? Ah, ich find mein Skin so süß. Ähm... Ähm... Was ist das jetzt so in der Art drin? Die ganzen Zeit werden hier Kisten aufgemacht. Ah, okay. Ähm... Ist ja... Ne, Quatsch. Feuerstein... Soll das auch bei dem Drop, wo die Monster sind? Das sind... Ist von den Creepern... Ja, also kannst du auch woanders hin tun. Aber... Ne, 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 passt schon. Ähm, wo soll ich denn Zuckerrohr... Zuckerrohr mach ich mal am besten auch bei den Samen hin. Genau. Weil es ist ja auch irgendwie Anbauzeug. Warte mal, kannst du das hier mitnehmen? Jetzt bin ich schon weg. Achso, okay. Wo soll ich denn Leder rein... Reintun? Ähm... Eigentlich auch so bei Drops. Ja, ja, ja. Genau. Ist zwar nicht von Monstern, aber ist ja auch irgendwo ein... Ein Drop. Ähm... Ähm... Dann tu ich da noch das rein. Holz... Achso, Sticks. Wo tu ich denn Sticks hin? Bei Holz. Bei Holz. Okay. Irgendwo auch logisch. Kein Problem. Ähm... Hast du deinen Bogen erst nochmal weggepackt? Ich hab die Pfeile erst mal nur weggepackt. Den Bogen hab ich grad noch. Was, gar nicht mehr? Hm? Doch, den Bogen hab ich noch. Ach, ich wollt grad sagen. Nur halt jetzt nicht in Use. Kein Problem. Ähm... Nehmen wir das... Das dann... Oh, 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 oh Gott. Wir müssen... Wir müssen Schluss machen. Wir haben schon 28 Minuten. Oh. Eieieieiei. Okay. Okay, also... Bis dann. Tschüss, tschüss.